Der wird angegriffen! What the f**k? Toll erstmal die Waffe. Hallo Sir? Könnten Sie mir helfen? Was ist denn hier? Hallo Sir? Was ist los? Ja keine Ahnung, der Typ versucht mal ein Auto zu klauen. Keine Ahnung. Weißt du was mit ihm los ist? Können Sie aufhören damit? Sir? Polizei? NYPD? Hallo? Was ist denn mit ihm los? Keine Ahnung. Sir? Sir? Hören Sie auf jetzt! Hören Sie auf! Das ist zu viel! Oh Jesus! Letzte Warnung! Okay Sir, alles gut jetzt? Oh Jesus! Oh Jesus! Er hört nicht auf! Na her, lassen Sie doch mal mein Auto in Ruhe. Was ist denn hier los? Sir, können Sie jetzt bitte aufhören damit? Letzte Warnung. NYPD, letzte Warnung. Was soll denn das? Das ist mein Auto. Okay, Hände hoch! Hände hoch! Hände hoch! Hände hoch oder wir müssen schießen! Was ist mit der Stadt los ey? Ich fahr mal kurz vor. Unfassbar. Ups. Alter Schwede, was ist denn jetzt schon wieder los hier? Ja, oder? Ein Glück sind Sie jetzt hier kommen. Ja. Meine Fresse. Ich hätte nicht wissen wollen, was jetzt hier los wäre, wenn Sie jetzt nicht gekommen wären. Es gibt... Ich hatte hier... Keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mal was los ist mit dem Diff. Ich weiß nicht was mit dem los war. Ich hab nur gehupt, weil Grün war. Und... Er hat direkt... Er ist direkt ausgestiegen und hat mich beleidigt und wollte mein Auto klauen. Beziehungsweise so aggressiv wie er schon auf mich zukam, hab ich direkt das Auto abgeschlossen. Und er hat direkt an meiner Türklinkung gefummelt. Und ich hab dann halt einfach meine... Ja, meine... Was heißt das? Alarmanlage. Alarmanlage kann man das nicht nennen. Ich hab halt die ganze Zeit... Wenn Blinker an, dann halt huppen. Und wenn Blinker aus, dann keine hupe. Ja. Und dann halt so eine simulierte Alarmanlage gemacht. Vielleicht hätte ja jemand gekommen... Wäre ja jemand gekommen, aber stattdessen sind die alle eher in mich und in den Typen reingefahren. Mhm. Ja, in der Stadt erleben wir jetzt immer mehr, ey. Die irgendwie rassen alle aus. Ey, ich danke, dass sie gekommen sind, ey. Ja, na klar. Entweder mein Auto, mein Leben oder mein... Ja, auf Deutsch gesagt Arsch. Ihr Rappet. Ja. Kein Problem. Dafür sind wir da. Aber... Ich bin ja ihr Kollege, von daher. Zwar nicht vom NYPD, aber... Eigentlich wollte ich gerade zur Arbeit. Hier. Ach so. Aber der Typ ist der... Ne? Ach, Medic. Ja. Ja. Der Typ hat sich gerade gedacht, äh... Ja, cool. Rechten Tag erwischt, dafür kann ich ja nix. Äh... Ne, aber... Ja, wir vermissen halt ne ältere Dame. Das ist glaub ich auch bekannt beim NYPD. Äh... Ja. Und noch... Also andere wurden nicht gemeldet. Sagen wir's mal so. Also zwei vermisste jetzt wurden von meiner Seite aus, kann ich nicht bestätigen, ob die vermisste. Okay. Also aus dem Krankenhaus hin nicht. Ältere Dame vermisst. Hat das was damit zu tun, dass mein Kollege mir letztens erzählt hat? Einer, die irgendwie Verbrechen gemacht hat? Genau. Autodiebstahl, Sachbeschädigung am AMR-Fahrzeug, äh... Schusswechsel mit einer... Was war das? Ich glaub Schrotflinte. Hatte die einfach unter ihrem Mantel. Okay. Und die hatte einfach einen, so jedenfalls, äh, ein guter Freund von mir. Äh, der Herr Breath. Der hatte, ist Mechaniker und war hinten an der Werkstatt. Und ich hab ja mit dem so gesehen, weil sein Chef sich halt nicht zeigen lässt. Mhm. Hab ich mir gedacht, so, ja gut, okay, kannst ja vielleicht einen Vertrag schließen. Und um ab und zu mal zu gucken, ob alles in der Werkstatt, äh, okay ist, dass sich keiner verletzt hat oder so. Ja, ja. Weil am Ende kann man ja nicht mal rufen, wenn man jetzt alleine ist und das Auto knallt auf sich druck. Dann, äh, ne? Kann man ja... Wissen Sie hier lang klatschen? Ich. Meine Güte und freundlich. Finde ich gut, wenn Sie Zeit haben, klar, ja. Ist einfach mal nicht schlecht. Und, gute Rede langer Sinn, der hat mir halt erzählt, dass er irgendwie von der älteren Dame wegen was bestochen wurde. Ich weiß nicht mehr genau was. Die hatte aber halt sehr, sehr viele gestohlene Autos immer zur Werkstatt gefahren. Mhm. Und wollte die aber nie reparieren lassen. Die hat die da hingebracht und war wie so ein Schrottplatz dort. Und die hat dem, glaube ich, dem Herrn Breath hat die 3000 Dollar geboten. Okay. Glaube ich, ich weiß es nicht. Und, ja, die hat dann halt, äh, gesagt, entweder nehmen Sie es oder nehmen Sie es nicht. Und hat dann, als sie gesagt hat, nehmen Sie es nicht, hat sie dann die Schrotflinte aus ihrem Mantel gezogen. Okay. Da, äh, ist Breath sein Kiefer sonst wohin geflogen. Aha, verstehe ich. Also, sie hat nicht geschossen, aber im Sinne von, ja, Kiefer war erstmal offen. Weil, von einer alten Dame erwartet man nicht, dass die einfach mal eine Schrotflinte ziehen hat. Ne, ne, klar. Logisch. Also, das, äh, war dann auch schon komisch. Okay, das war nicht so. Die hat dann halt auch geschossen. Und die hält mich auch immer für einen Polizisten, aber ich bin kein Polizist. Ich trage eine ganz andere Uniform als sie. Ja. Ich meine, ich könnte ein Foto machen von ihnen und ihrem Auto. Und dann könnte ich der älteren Dame das mal zeigen. Aber die, äh, ja. Schon komisch. Die ist außerdem auch ein hartes Nüsschen, weil die, äh, kidnapt tatsächlich auch in ihren alten Jahren. Kidnappt? Hm. Ja, kein Scheiß. Die hat eine ältere Dame gekidnappt. Eine andere ältere Dame. Ähm. Ach, das war das? Ach, ja. Genau. Und die fuhr mit dem Bombenauto dann die ganze Zeit rum. Ah, ach so. Stimmt. Wo wir die verfolgt haben auch über Twitter. Ah, die da. Mhm. Genau. Die dann immer gereimt hat. Mit dem Tick-Tack-Tick-Tack. Pipapo. Mhm. Irgendeinem Platz, wo man verlabern kann. Ja, genau. Kurz ranfahren, weil ich würde mir noch mehr Infos darüber aufschreiben, weil auf der Fahndungsliste hat der Kollege da anscheinend vergessen, das einzutragen. Das muss ich dir mal nachtragen. Ach so, ja, klar. Die Infos ist ganz gut. Auf jeden Fall. So. Ja, denn schon. Sie wollen eben stehen, notieren. Nicht sitzen. Ja, ich sitze immer so viel im Auto. Ach, so ein Kollege sitzt hier. So, dann fragen Sie mal. Was wollen Sie wissen? Ähm. Was wollen Sie noch fragen? Ja, weil, ist mir denn eingefallen. Stimmt. Vor allem, ich gucke nach. Fahndungsliste ist nichts aufgeschrieben vom Kollegen. Das ist natürlich ein bisschen sehr doof, wenn nach ihr gefahrendet werden soll. Ja. Ähm. Klar, sie, also, was ich schon mal aufgeschrieben hatte, ähm, mehrere gestohlene Autos. Also sie hat schon mal mehrere Autos gestohlen. Das ist schon mal Punkt eins. Genau. Dann hat sie wohl für circa 3000 Dollar jemanden bestochen, den Mechaniker. Ja. Und sie meinte, wenn er es nicht nimmt, hat sie ihn dann bedroht mit der Schrotwinte. Richtig. Hm. Wenn er es nicht nimmt. Hm. Da müssen wir ein Kollege noch mal mit dem dann reden, mit dem Mechaniker. Wie hieß der noch mal genau? Wissen Sie das noch mal? J.Breath. J.Breath, sag ich mal so. Also J.Breath. Vorname werde ich mal zu sein, Gunsten mal nicht nennen. Herr Breath, da muss mal ein Kollege dann mal oder ich selber mal mit ihm nochmal drüber sprechen. Ja, einfach ankommen, fragen, Herr Breath, äh, sind Sie hier, Herr Breath? Und dann, Sie kennen das, Frau Zähler. Ja, also ich kann sagen, er ist sehr freundlich und offen. Okay. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt aber noch einen anderen im Mechanikerbereich, der ist nicht so, aber sie, sie, wie sie werden das entkriegen. Okay, mehrere schöne Autos, die haben aber keine Anzahl ungefähr, ne, im Kopf. Ja. Über 13 Stück. Was? Darunter auch, ja, darunter auch, darunter fallen Minis, darunter fallen Oldtimer, darunter fallen Cabrios, darunter fallen LKWs, darunter fallen, äh, Coupés, darunter fallen Sportfahrzeuge, total, teils sogar verkromt, äh, da ist der Herr Breath auch Zeuge. Okay. Ähm, dann tatsächlich noch, äh, was fehlt denn da noch dazu? Ein Motorrad hat sie zum Glück nicht geklaut, aber, denn, was war denn das? Das war so ein, so ein kleiner Tandem LKW und da hat sie gedroht, eine Bombe drinnen zu haben und die soll in die Luft fliegen, so. Das ist aber nicht passiert. Okay. Ein LKW, wo hat sie den abgestellt, wo war der, mit der Bombe? Direkt vor der Werkstatt. Okay. Also, vor dem, vor dem Tor so, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Mhm. War halt direkt vor dem Tor. Das war schon creepy. Und das war ja eigentlich, die Frau hatten wir festgestellt auch, die bei Twitter dauernd diese Sachen gemacht hat, ne? Genau. Das ist die. Die alte Pute. Entschuldigung für den Namen, aber, äh, sowas fällt mir nichts anderes ein. Hatten wir nicht sogar den Personalausweis bekommen gehabt? Von einer Geisel? Äh, ja. Passiert mir nicht, ne? Passiert mir nicht, ne? Ich glaube, der Nachname von der Dame, die wir jetzt suchen und die auch seine neue Pidee sucht, ist, glaube ich, irgendwas mit Nachnamen zu hart oder so. Ich weiß es nicht. Ah, okay. Muss ich den Kollegen nochmal fragen. Die müssen aber ganz schön viel nachfragen bei ihrem Kollegen. Ja, ja, irgendwie leider. Es ist ja nichts eingetragen. Er hat mir jetzt im Groben und Ganzen erklärt mit das, was gestohlen wurde und diesem das. Und mit Geisel. Schön, dass ihr Kollege das erklärt. Warum haben wir das nicht aufgeschrieben? Ja. Die nur grob. Nur grob hat das gesagt. Ach so. Ja, da wohnen, äh, Diebstahl, die sind das, Geisel. Und er meinte auch. Das ist für mich ein klarer Fall, dass er seine eigene Sokiode schreiben konnte. Äh, lesen konnte. Ja. Und der meinte ja auch, er schreibt's in Fahndungs, äh, Liste und dann war aber nichts drin. Ja, schön. Aber was müssen sie noch wissen? Äh, vor LKW. Die... Bombe. Okay. Ja, genau. Und dadurch mit der Bombe, die ganze Drohung habe ich ja selber mitverfolgt auf Twitter. Aber das, das mit der Bombe im LKW, das war tatsächlich fake. Das war nur ein Blöss. Aber das mit dem Auto, das, äh, keine Ahnung. Mhm. Es ist ja bis jetzt immer noch unklar. Weil ich mein, ich stand persönlich direkt neben dem Auto und es hat nicht bumm gemacht. Okay. Und um ehrlich zu sein, das Auto sah auch nicht groß beschädigt aus. Es sah eigentlich gebraucht aus, dreckig aus von dem Dreck, der da halt lag, weil es war in der Wüste. Und, äh, mehr nicht. Genau, was jetzt noch wichtig wäre, vielleicht eine Sache, ich weiß aber nicht, ob Sie es mir sagen können, genau, wie sie aussah. Grob. Grob. Och, Herrgott nochmal, ähm, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, guck mal, die stand schon ein paar Mal vor mir. Mhm. Äh, und ich auch vor ihr. Die hatte blondes Haar, eine Brille auf, eine Kippe in der Gursch, ähm, einen beigen Mantel. Ähm, ob der Mantel jetzt offen war oder geschlossen war, das weiß ich nicht. Mhm. Äh, die hatte eine schwarze Strumpfhose an, glaube ich, noch zu wissen, und noch so komische braune ältere Schuhe. Soll ich komischen braun alten Lederschuhe, so sah das aus. Okay. Das sah halt aus wie so Fake-Leder oder so, keine Ahnung. Eine schwarze Strumpfhose, ja. Mhm. Genau, aber ganz wichtig ist, dass die, äh, mit der Kippe im Maul, so, also, Entschuldigung für den Namen, aber. Ja. Äh, die ist halt mit der Kippe in der Gusche, äh, bekannt, so gesehen. Okay, also die ist sogar bekannt dafür, dass die immer eine so drin hat, jederzeit, ja? Ja. Ah, okay, das ist schon mal sehr gut. Weil sonst würde man ja sagen, rauchen tun viele, aber wenn die dafür bekannt ist. Na, es ist ja nicht mal mehr, es ist ja nicht mal mehr eine normale Zigarette, es ist ja eine Zigarre. Ah, okay. Okay. So ein dickeres Ding. Ich glaub, das, das zweite Ding von der Zigarette. Ich bin kein Raucher, deswegen kenn ich mich da nicht aus. Mhm. Okay, das ist schon mal ein sehr guter Hinweis. Ja, deshalb hab ich gesagt, ja, ist immer noch nix drin in der Erfahrungsliste. Jetzt hab ich mir gedacht, gut, wenn sie jetzt, wenn ich sie gerade antreffe, dann, äh, kann ich jetzt mal selbst in die Hand nehmen. Ist richtig. Aber die kann ja nicht draußen rumlaufen, ey. Mit den ganzen Tatvorwürfen. Tut's ja aber. Ja. Das Problem ist, die bedroht ja die ganzen Bewohner New Yorks. Kann mich bedrohen, sie bedrohen, die kann alle bedrohen. Ja. Allein auf Twitter. Auch wenn ich außer Dienst bewaffnet bin. Und im Dienst, auch wenn ich's nicht darf, einen Taser dabei hab, aber den Taser hab ich meistens im Auto. Von daher, also jetzt hab ich ihn noch nicht dabei. Ich muss auch mal gucken. Wo waren jetzt? Bei Twitter nochmal, der hat ja auch den Namen gehabt, den schreib ich mir auch mal auf. Was machen wir das? Twitter-Namen. Ich hoffe, die hat's nicht gelöscht. Daffo-Deal. Ja, Daffo-Deal. 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 Ich hoffe, die war so doof und dass sie ihren Twitter-Account irgendwie als Namen genommen hat. Oder andersrum. Daffo-Deal ist, glaube ich, die... Wohl. Daffo-Deal könnte hinkommen. Weiß ich nicht. Wie ist es auch so? Ist denn irgendjemand gemeint, mein Kollege oder so, dass irgendwie der Name irgendwie wie bei einem Twitter-Account zusammenpasst? Genau. Ja, ich wollte sowieso noch, ähm, eine Anzeige machen gegen eine andere Person. Okay. Weiß ich aber nicht, wie die hieß. Doch, hier. Weil der hatte mich hier im Krankenhaus mit einer Waffe bedroht. Okay. Mit einer Pistole. Mit einer stinknormalen Pistole. Hans-Peter? Genau. Der war hier erst hergekommen. Der kam mit einem gestohlenen Auto, weil die Scheibe war eingeschlagen. Der hat wahrscheinlich gehofft, dass ich das nicht durch die andere Scheibe, durch die Beifahrerscheibe sehe. Äh, kam hier rein. Ich bin erst hintergegangen. Äh, für meine eigene Sicherheit. Und er hatte, da hatte ich noch keine Waffnung oder sowas in der Art. Da hatte ich noch einen Waffenschein zu dem Zeitpunkt. Äh, und er kam rein. Und hat mich um Hilfe gebeten. Ich hab mir das angeguckt. Bin hinter Nats umgegangen, mit ihm zusammen. Und hab ihn kontrolliert. Er sagte, es tut nichts weh. Hab ich geguckt. Äh, war demnach nur blau angeschwollen. Ähm. Was heißt angeschwollen? Es war halt ein blauer Fleck. Weil er angefahren wurde vom Auto. Mhm. Und das nur leicht. Und... Ja. Dann... Bin ich halt vor. Also hab ihn halt entlassen. Und hab ihn halt zur Rede gestellt, warum er mit einem Auto da vorne steht. Wo ich bezweifle, dass er das überhaupt nicht hört. Und er hat gesagt, äh, weil er hat vor meinen Augen, ich bin zu einem Einsatz gerufen worden. Davor noch. Ähm. Und... Da war, siehe da, die exakt selbe Person. Auch der Hans-Peter. Ich konnte den dank seiner Jacke erkennen. Ähm. Und... Der hatte vor meinen Augen, sie hat mich jetzt wahrscheinlich komplett bescheuert, äh, aber... Der hatte vor meinen Augen über fünf Autos gestohlen. Was? Und... Hat die halt nur ein paar Zentimeter gefühlt gefahren, ist dann wieder ausgestiegen. Hat dann, ist es ins nächste Auto, hat dann wieder nur ein paar Zentimeter gefahren. Und ist dann irgendwann in... Entweder sein eigenes oder in ein anderes Auto, was nicht seins war, gestiegen und ist dann einfach weggefahren. So. Äh. Und ich bin dann auch weggefahren, weil ich dachte, gut, Einsatz geklärt. Und dann bin ich halt zum Krankenhaus. So. Und siehe da, ich treffe ihn an mit erneut einer Karre, die ihm wahrscheinlich nicht gehört. Äh. Und... Da war die Fensterscheibe eingeschlagen. Und das habe ich ganz genau gesehen. Solche Beifahrer-Fenster. Dass da erstens Splitter drinne waren und, äh, die Scheibe zer-cleared aussah. Also, die hatte halt Risse. Mhm. Äh. Deutlich hinweisend auf einen Einschlag. So. Und ich habe ihm gesagt, äh, ich werde ihn der Polizei melden. Aufgrund seiner Überfälle. Weil ich weiß, dass er Auto die Stelle begangen hat. Okay. Und daraufhin zückte er exakt hier hinter dieser Theke eine Pistole. Und hat diese direkt, äh... Warte, ich hab... Moment. Kommen Sie mal eben mit. Ja, ja, ja. Ich habe eine in meinem Spind, weil wir legen die natürlich immer ab, weil wir dürfen ja keine Bewaffnung dabei haben. Logisch. Mhm. Ähm... Ich kann Ihnen das mal direkt vorführen. Also, keine Sorge. Das ist jetzt... Nur Vorführung, ne? Ja, ja, klar. Alles gut. Und ja, ich weiß, ich habe gesagt in meinem Krankenhaus keine Waffe. Ich weiß. Ja. Warten Sie hier eben. Jo. Jo, Leute, das ist noch ein Sub, ey. Dann haben wir halt, äh... So. Also, das ging genau so ab. Ich saß halt hier. Und der Typ, äh... Hat halt direkt... Also, er stand nicht so da. Aber er hat... Ich bin halt aufgestanden, stand genau da, wo sie jetzt stehen. Mhm. Und er ist näher zu mir gekommen. Und hat gesagt, wenn sie mich der Polizei übermelden, dann sind sie tot. Okay. So. Also, er... Er stand nicht so direkt da. Sondern er stand halt einfach nur so. Wenn sie mich der Polizei übergeben... Also, wenn sie mich der Polizei melden, dann sind sie tot. So ist es abgelaufen. Also, hat er zugeflüstert denn? Genau. So ist es abgelaufen. So. Ich lege die Waffen mal wieder ab. Gibt's eine Sache zu der gesamten Geschichte. Und zwar wäre es eine sehr beunruhigende Sache. Und zwar eine sehr, sehr beunruhigende Sache. Weil sie haben ja gesagt, der Name wäre Hans-Peter. Richtig. Hans-Peter ist der Jungsche, den sie behandelt haben, der bei uns im Polizeidienst ist. Ja, da... Wissen Sie, um ehrlich zu sein, um das jetzt mal so hart zu sagen, wie es ist, auch wenn ich Mediziner bin, das ist mir sowas wie von scheißegal. Ich möchte eine Anzeige geben. Ich bin nur mein... Nee, nee. Das ist auch... Also, was sie ja da erzählen, es geht gar nicht. Das ist ja eine Bedrohung. Ähm. Aber ich will mir nur sicher gehen, dass sie sich ganz sicher sind, dass es wirklich der Polizeikollege ist. Ich hab den Ausweis dummerweise halt nicht verlangt. Okay. Aber mir kommt es... Man sieht es auch bei Twitter. Mhm. Der hat da was gepostet, äh, weil ich einmal am, äh, am PD war, um halt auf einen Polizisten zu warten, äh, um dort, äh, halt eine Anzeige gegen sie zu machen, ja. Ja. Und da kam der wieder mit einer gestohlenen Karre. Diesmal war es halt so ein, wie so eine Lowrider Karre, halt nur ungetuned. Mhm. Mhm. In so, in so einem Feuerskin. Feuerton. Okay. So. Ähm. Oder ne, Flamm, 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 Flammfolierung war das halt. Als wäre das wie so eine Flamme, so. Und er hat versucht, mich vorne hinweg zu verarschen, indem er seinen, äh, Ton geändert hat. Also seine Stimme, äh, also sein Dialekt, sag ich so. Da hat es halt so geklungen, als käme er nicht von New York. So, wie zum Beispiel, als käme er so aus Mexiko mit so ein bisschen gebrochenem Englisch. Mhm. So. Total sauer. Hab ich zu ihm gesagt, das geht, das geht, äh, sie einen Scheiß an. Und, äh, er hat dann gefragt, so, haben sie mich erkannt, hat sein Dialekt dann ausgeschaltet und hat halt wieder normal gesprochen. Und da hab ich gesagt, sag mal, wie blöd halten sie mich eigentlich? So. Und da, äh, sieht man übrigens, äh, 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 12, 45, äh, und 17 PM, hat der Hans-Peter, ähm, äh, mich angepingt, Dr. T. Brown. Ja, hab ich gerade auch drauf. Haben sie gerade Zeit, zum PD zu kommen? Mhm. Mhm. Das war der Moment, wo er entweder versucht hat, mich umzubringen oder um mich zu verletzen. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, äh, war ich zu dem Zeitpunkt außer Dienst und war zu Hause. Zum Glück. Echt heilige Scheiße, ey. Ohne. Das, das, das ist ja, das, wo er das geschrieben hat, das, ähm, war denn ein Akt, wo er wahrscheinlich ihnen was antun wollte, denn. Weiß ich nicht, ich will's aber ehrlich gesagt nach vorne wissen. Und seitdem ich halt hier mit einer, mit einer Waffe im, das ist jetzt zwar nicht mein Krankenhaus, aber in dem Krankenhaus, was ich leite, in meinem leitenden Krankenhaus, wo ich arbeite, wo ich das Ding leite, mit einer Waffe bedroht werde, da ist es für mich ausgewiesen, da bin ich hin zum NOAPD gegangen und hab direkt einen Waffenschein beantragt. Und den hab ich jetzt bestanden, den kann ich Ihnen auch gerne zeigen, falls Sie mir nicht loben. Äh. Nee, nee, alles gut. Ich hab ja auch Einsicht. Ich, ich, ich zeig Ihnen das jetzt hier trotzdem, damit Sie es wissen. Und, ja, also das war dann wirklich schon, seht mir lief ja die Pumpe. Wenn hinter Ihnen jemand steht mit einer Waffe. Natürlich. Zwar nicht direkt an Ihren Kopf gerichtet, aber wenn hinter Ihnen jemand steht mit einer Waffe, äh, wem läuft da nicht die Pumpe? Natürlich, ja, ist er auch. Es ist, äh, Lebensbedrohung. Und, ähm, ja, und Sie sind, wie gesagt, denn, weil er das geschrieben hat, das war wirklich der, unser Hans-Peter, also Sie verwechseln ihn nicht mit jemandem. Das war er, ja? Sind Sie sich hundertprozentig sicher? Nein. Wäre ich mir nicht sicher, dann, äh, keine Ahnung. Gut, ich wollte nur nochmal absichern, weil das ist eine, das ist sehr gut, dass Sie es... Sie lesen es doch selber bei Twitter. Mhm. Mhm. Der Typ heißt Hans-Peter und wollte mich zum PD haben. Mhm. Um, was weiß ich, Gott weiß was mit mir anzustellen, mich zu kidnappen, weiß ich doch nicht. Ich will es auch nicht wissen, ehrlich gesagt. Ja, ja, nee, nee. Nur seitdem bin ich jetzt halt mit Taser bewaffnet im Dienst, auch wenn ich weiß, dass ich den nicht dabei haben darf. Zurzeit jedenfalls. Ich habe den Chief vom PD gefragt, der hat gesagt, äh, lieber im Auto haben, aber ansonsten an Mann lieber mal nicht. Weil die von ganz, ganz oben, die, äh, diskutieren da bei jedem Gespräch noch. Ja, ja. Ja. Nee, das ist nämlich eine Sache, ähm, gut, dass Sie es nämlich jetzt nochmal auch sagen, weil, ähm, das geht ja, das ist ja, äh, also ich bin sprachlos, das ist eine Sache, die ist unfassbar. Ein Polizist... Na, denken, denken Sie, wie sprachlos ich war? Mhm. Ich kann Ihnen sagen, mir hat der Stift aus dem Arsch noch geguckt wie sonst was. Voll. Weil ich hatte einen Schiss, weil, wenn hinter mir jemand mit einer Waffe steht, ich bin Mediziner. Eigentlich komme ich an, frage, jo, arm Eier hier, ist alles gut, was ist passiert? So. Aber dann mit einer Waffe, einem, also einen hinter einem zu haben, mit einer Waffe, solche Situationen habe ich selten bis nie. Das war eine komplett neue Situation für mich. Das kannte ich so nie. Ja. Das war dann schon ein komplett anderes Gefühl, wo ich mir dann auch, als er dann weggerannt ist, habe ich mir im Hinterkopf gefragt, warum den Mediziner? Was habe ich getan? Warum? Wieso? Gerade Mediziner vor allem. Aber auch generell. Ich bin noch nur da, um zu helfen, genauso wie sie. Wir sind beide Kollegen, wir versuchen zu helfen. Deshalb, das ist ja das Schlimme. Auch noch so, ein Bürger ist schon schlimm genug, aber ein Polizist, das ist unfassbar. Das geht gar nicht. Seien wir mal unten auf dem Boden, ja. Egal, ob wir in Uniform sind oder nicht. Mhm. Wir sind alle Menschen. Ja. Also scheißegal, was wir sind. Ob in Uniform vom Militär, in Uniform vom PD, in Uniform vom Paramedic. Wir sind alle bloß Menschen. Wir haben alle den menschlichen Verstand, aber einige haben den halt nicht. Ja. Und der hat den wahrscheinlich nicht. Und wenn, ich will jetzt keine Karen sein, wie sie in Amerika so oft existiert, aber wenn, glaube ich, denke ich mal, wird die Person, also der Herr Hans-Peter, der Herr Peter wird dann wahrscheinlich gefeuert. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja eine Bedrohung. Ich will nicht hoffen, dass er gefeuert wird, weil ich will nicht seine Karriere zerschrotten. Aber was mir halt noch mehr Angst macht, ist, wenn er gefeuert ist oder gefeuert wurde, dann hat er ja nichts mehr, was ihn begrenzt. Das heißt, er kann einfach wild umherballern gefühlt und kann halt zum Krankenhaus kommen und mich jederzeit umnatzen. Ja, aber wenn das sich wieder bestätigt mit der Bedrohung und sich das bestätigt und vor Gericht auch klar geht, dann wird das schon eine große Sache kommen. Ich sage Ihnen eins, ich habe überhaupt gar kein Problem, einen Taser zu ziehen. Überhaupt kein Problem. Und wenn ich auch muss, dann ziehe ich im Dienst oder dann ziehe ich meine Dienstklamotte aus und gehe außer Dienst, dann sage ich mal so hart wie es ist, lecker mio, dann knall ich den ab. Sorry, auch wenn es ihr ehemaliger Kollege ist oder ihr Kollege immer noch ist, aber dann muss ich es, weil dann ist es Eigenverteidigung vom Leben. Da ist es so. Ja, das ist natürlich Gesetz, das ist auch nicht immer schön. Nach Gesetz muss man natürlich, ja, ist bei uns auch so. Wir Mediziner sind am Arsch, wir sind gearscht. Wir kriegen keinen Schutz, wir dürfen wieder Waffen haben. Das einzige, was ich habe, ist eine Taschenlampe und ein Messer dafür, für Bandagen zu durchschneiden, beziehungsweise für die Kleidung. Weil wir haben ja einige Patienten, die haben halt so, keine Ahnung, teils Schusswesten, die haben so unter Pullover oder so. Und die müssen wir halt ja erstmal durchkriegen. Wir können ja nicht einfach der Person sagen, ja ziehen sie mal aus. Die wird das mit Schmerzen ausziehen. Das würde ich einfach vermeiden, weil dann könnte ja die Wunde größer werden oder mit irgendwie Bakterien vom, oder irgendwie so Zellstoff reinkommen. So Fusseln. Verstehe ich nicht. Und die dann einfach mit einer Pinzette rausfirmeln. Da bin ich in drei Jahren noch nicht fertig und die Person ist mir am besten da verreckt. Da habe ich auch Bock drauf. So, aber jetzt genug das Ganze. Ich glaube, ich gehe jetzt außer Dienst. Mein Gott. Und auch als Cop, wir müssen ja, wir können ja nicht gleich ballern, sondern wir müssen auch das mal auffordern. Ja, habe ich ja vorhin gesehen. Und manchmal würde man sich auch wünschen, ein bisschen früher mal was zu tun, damit man geschützter ist. Aber gut. Gesetz. Ich würde gerne mal wissen, ob sie schon mal in ihrer ganzen Dienstkarriere mit Mark Carroll zu tun haben. Die Leute, die immer einen Manager haben wollen. Kennen sie die Leute überhaupt? Nee. Oh Gott, seien sie glücklich. Oder? Die wollen immer, die wollen was von ihnen haben. Und wenn sie das denen nicht geben, dann sagen die, die wollen sofort, die wollen sofort, ohne aber und wenn, die wollen sofort ihren Vorgesetzten verbrechen. Sofort. Ach so. Ach so. So was. Die Person. Macht's Klick. Oh Mann. Ja. Fällt mir jetzt gerade nicht so ein. Nee, nee, nee. Ein Glück noch nicht. Ja. Wissen Sie, was mir eigentlich gerade auffällt? Jetzt wo ich gerade im Hintergrund so an den PCs gucke. Wo ich gerade auf der PC Tower. Hm. Vielleicht wäre ich eher auch recht modern hier. Hör mal. Fällt mir gerade auf. Ich wusste auch nicht, dass wir wenigstens am sein was geupgradet. Ja. Schön. Naja. Naja, aber ich gehe jetzt erstmal in normale Zivilklamotten im Moment. Nicht gucken. Nee. Heißt dann ein Polizist, ey. Und bedroht den Medic. Es wird eine Zeit, dass Jack mal aufholen. Die leichte Klamotten wieder. Nee. Mit der offenen Jacke. Angenehmer. So. Kann ich da noch irgendwas? Ja. Nur noch eine letzte Sache. Ja bitte. Wo ich schon ahne, dass es wahrscheinlich nicht so sein wird. Aber ich frage trotzdem vorsichtshalber. Klingt zwar doof, aber haben Sie zufällig irgendwie einen Zeugen in der Nähe gehabt? Wann ist Peter oder von wem? Der das irgendwie mitbekommen hat, dass der bei Ihnen stand und Ihnen was zugeflüstert hat oder so. Ich kann ja versuchen die Pflanze zu fragen. Okay. Wird das welche? Nö. Ja. Weil das ist halt... Ah scheiße. Ja das ist natürlich... Wir werden uns natürlich sofort darum kümmern, sobald wir ihn aufspüren. Lassen Sie das. Aber... Ich bin bewaffnet. Ich kann mich selber verteidigen, sie haben wirklich nichts zu tun. Ja, wir machen es aber trotzdem und gehen der Anzeige nach. Aber ich will nur vorab sagen, das ist natürlich so eine Scheiße wieder nach dem Gesetz. Aussage gegen Aussage. Wenn er jetzt sagt... Wieso Aussage gegen Aussage? Ach so, wenn er jetzt sagt... Nö. Nö, stimmt gar nicht. Hab ich gar nicht. Haben wir Überwachungskameras hier? Scheiße. Man probiert auch eine Verhörtaktik, haut auf den Weg. Doch, wir haben eine Kamera! Da hinten! Okay. Ich weiß nicht, ob die aufgenommen hat. Die Frage ist, ob da ein Film ist. Weiß ich nicht. Noch. Bei Verhörtaktik kann man auch auf den Tisch hauen und den unter Druck setzen, vielleicht packt der aus, aber wenn nicht und der sagt, ich war es nicht, dann ist es Aussage gegen Aussage. Aber ich würde es trotzdem natürlich sofort probieren, das ist lebensgefährlich, was da passiert.